Als familiengeführtes Unternehmen aus Hessen im Landkreis Fulda produzieren wir seit über 50 Jahren Holzpaletten für nationale und internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen. Dabei kommt bei uns alles aus einer Hand. Vom Einkauf des Holzes aus heimischen Wäldern, über die Produktion des Schnittholzes in den drei Sägewerken und der Herstellung der Paletten bis zur anschließenden Logistik. Um unabhängiger zu sein, erfolgt die Rohstoffbeschaffung zum großen Teil durch unsere eigenen drei Sägewerke. Dies garantiert eine schnelle und flexible Produktion der Paletten. Zum anderen können spezielle Maße für Sonderpaletten von den Sägewerken zügig bereitgestellt werden. Mit einer Einschnittskapazität von ca. 450.000 Festmeter Rundholz pro Jahr sind wir einer der größten Verpackungssäger in Deutschland. Das gesamte Schnittholz wird in unseren Fertigungslinien zu Holzpaletten verarbeitet. Mit unseren insgesamt 300 Mitarbeitern produzieren wir über 10 Millionen Paletten im Jahr. Nach der Produktion folgt die Trocknung der Paletten in den Trockenkammern. Auch hier schreiben wir Nachhaltigkeit groß. Das anfallende Restholz aus dem Sägewerk wird zur Wärmegewinnung vollständig in den eigenen Heizanlagen genutzt. Durch die Trocknung nach internationalem Standard IPPC werden unsere Paletten den weltweiten Exportanforderungen gerecht. Die Paletten werden im Hauptwerk und im überdachten Außenlager zwischengelagert oder direkt auf die LKW verladen und zum Kunden transportiert. Der Transport erfolgt entweder durch die eigenen 50 LKW oder mit Speditionen. Der eigene Fuhrpark ermöglicht uns die Ausführung von verschiedenen Logistikdienstleistungen für unsere Kunden. Wir stellen zu einem großen Teil Europaletten auf mehreren Fertigungslinien im Dreischichtbetrieb her. Außerdem fertigen wir Chemie, Glashütten, Industrie sowie zahlreiche Sonderpaletten.